Herr Kühnert, welche eine interessante Sache sollte man definitiv noch über Sie wissen? Ich bin Sport-Nerd und da denken immer alle, boah, das ist wahnsinnig Sport, das ist ja gar nicht. Ich gucke einfach ganz viel Sport. Was schauen Sie denn? Ich bin Handballer von Hause aus eigentlich, gucke aber auch ganz viel Fußball. Und ja, also mir irgendwelche Sportveranstaltungen irgendwo in der Welt anzugucken, völlig egal wo, das ist so meine Leidenschaft. Und Ihr Lieblingsverein im Fußball? Ich habe eine Dauerkarte bei Arminia Bielefeld. Da sind Sie fest verankert. Alles klar. Absolut. Letzter Platz, zweite Liga, super im Moment. Super.